Heide Park! Heide Park! Ja! Ja, wir sind auf dem Parkplatz von Heide Park. Hallo Nathalies Zuschauer! Wir gehen heute in den Heide Park und wir besuchen heute... Es ist sein Erstbesuch im Heide Park. Und heute ist... Was ist heute? Geburtstag, ne? Ja, 40. Geburtstag, der letzte. Happy Birthday, Heide Park! Der letzte 40. Geburtstag, alles klar. Und Pyrogames! Heute sind Pyrogames und ich habe mir vorgenommen, nicht so viel im Park zu filmen und mehr bei den Pyrogames zu filmen, weil es gibt schon genug Videos aus dem Heide Park. Von daher... Naja, wir brauchen jetzt noch eine halbe Stunde, bis wir beim Eingang sind, ne? Wir sind schon zehn Leute, das ist nicht übertrieben. Mit zwei Autos angereist, zehn Leute. Und wir melden uns gleich noch aus dem Park zurück. Bis dann! Heide Park! Fertig? Alles klar! Okay, dann packen wir jetzt an! Zehn! Neun! Acht! Sieben! Sechs! Fünf! Vier! Drei! Zwei! Eins! Start trinken! Prost! Hey! Richtig geil! Gut! Jetzt zBenz! Für Luther! So, wir sind alle im Heidepark, wenn man mit 10 Leuten in den Heidepark fährt. Und ja, man kann davon ausgehen, dass nicht alle 10 Leute reinkommen werden sofort in Disneyland. Hendrik, was ist passiert? Ja, also wir haben gedacht, wir kommen rechtzeitig an, weil, wie gesagt, Erstbesuch, habt ihr vorhin schon gehört. Dann, ich wollte die große Öffnungsshow sehen, ja klar, ist ja besonders so. Naja, es war nicht Besuch. Ja, es geht ja. Du siehst in meinem Blick. Du weißt, was ich meine. Ja, ja. So, Problem dann aber, nö, wir hatten Online-Tickets beschäftigt für Pyrogames und Heidepark zusammen. Wir konnten da nicht reingehen, weil, ähm, weil es nicht ging, da wurden wir darauf hingewiesen, dass wir zur Kasse gehen müssen. Kasse angestanden, Kasse ging ewig, weil es nicht voran ging. Und dann haben wir dann Kasse erfahren, dass wir zur Pyrogames-Kasse müssen, sind wir da hingegangen, mussten da noch mal warten, haben dann unsere Tickets gekriegt, sind dann vor und dann mussten wir doch mal durch die Taschenkontrolle, wo wir vorher schon mal durch waren. Oh, da muss ich gar nicht durch. Weil es ist halt so, die Hälfte kontrolliert, die andere Hälfte wird dann viel zu streng kontrolliert. Ja. Aber wir haben es jetzt geschafft. Erster Eindruck verkackt. Jetzt? Ja. Erster Eindruck verkackt. Jetzt laufen wir gerade unsere Pick-Land-Reihe, jetzt wird's besser bestimmt. Hm. Herzlich Willkommen hier, Peppa Pig-Land. Hallo zusammen. Ich bin Peppa Pig. Und das ist mein kleiner Bruder, Sauce. Das Wasser Kamera rausわか? Darren Cuarto ist da unterwegs. Agnes Kreuz konnten es nur noch eins, nur noch einiger Abs perlässt. Wenn hier alle Simon-Mechanismus waren's. Wovawon ist da hier bei uns jetzt sehrlied. Okay, wir sind schon diverse Dinge gefahren, Flück der Dämonen, Scream, Alter, das ist so anstrengend. Was haben wir noch gefahren? Bobbahn. Und jetzt wollen wir rutschen, wie man sieht. Wir rutschen die Rollenrutschen. Die gibt's oder gab's? Die gibt's noch. Weiß ich nicht. Nein, die gibt's noch. Alter. Ja. Oh, Christina, du als nächstes? Alles klar. Ja, wir rutschen. Ah! 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 Oh Gott! Ah, man ist das so unangenehm. Ah! 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 Unangenehm! Ah! 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 Okay, wir melden uns heute wieder, ähm, also ich, wir sind, was sind wir gefahren? Sag ich mir, das hat's mal gemeldet, wir haben Potlitz, Desert Race, Ghostbusters wir haben im Single Rider und der Single Rider läuft hier so, dass die Leute einfach reingelassen werden und sich dann einfach die normale Kühler dazustellen und, ja, also ich hab mich dann auch als einzelne Person irgendwo dazugesetzt, aber man hätte auch einen, also ja, das wird hier irgendwie nicht geregelt. Naja, wir fahren jetzt Drafting, wie man vielleicht im Hintergrund sieht, und ich verhält mich danach. Ja, ich fahre auch Drafting. Es ist warm, aber ich habe eine lange Hose an, naja, bis gleich. Ah, du flimmst mal wieder, hallo! Hallo, Hendrik! Hendrik, du bist Covergeil! Hältst du das mit Alex? Oh, da warst du beide immer so, hallo! Hey, Alex, aber auch! Alex, komm, du musst auch mit rein! Also, echt jetzt? Ich dachte, wir müssen uns in diesem stickigen Zickzack in diesem Haus da anstellen, aber offenbar doch... Wir machen's auf! Hör auf! Was ich noch sagen, Leute, ich habe aktuell eine Glückssträhne, was Raftings betrifft. Die begleicht uns das nicht. Jetzt ist es vorbei. Mal gucken, ich sage, es hält noch an. Wir sind... Ach ja, ich wollte auch noch sagen, wir haben uns wieder vermehrt, es sind jetzt 13, aber was, wir wollen nur 10 Raftings fahren? Ja. Wir sind nur 13? Nur... Ich habe... Ich komme heute nicht noch zu allen Bauten, aber ich schmecke mal kurz rum, dann können alle mal winken, die wollen. Stefano will offenbar nicht winken. Wir kommen aus dem Rafting. Ja, wir sind trocken geblieben und unten. Ich bin ein bisschen nass, aber das ist nicht so schön. Also, ich bin trocken geblieben, aber ich glaube nicht, dass es an der Glückssträhne liegt, sondern an dem Rafting. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, also keiner von uns, der an unserem Boot war, ist nass geworden. Wirklich? Oh nein! Wirklich? Oh nein! Alle sind nass. Okay. Wie kriegst du das? Na ja, an unserem Boot ist keiner nass geworden. Ja, das ist dann wird am nächsten. Oh, man sitzt hier aber tief, ne? Wir haben einfach nicht die Alufolie gemacht. Warum macht man Surcreme auf die Alufolie? Das ist nicht schlau. Aber immerhin hast du eine Kartoffel mit Surcreme, nicht Surcreme mit Kartoffeln. Wir haben gefeilte Meinungen zum Essen. Mal kriegt es sich schon auf, aber ich verstehe es auch. Aber ich muss sagen, wir sind im Wirtshaus. Es hat mir ja, sorry, dass es so dunkel ist, aber es ist hiergegen nicht. Ich habe Hähnchenbeschnetzeltes für 8,90 Euro. Wir haben noch Jahreskartenrabach, das heißt, wir haben nur 8,01 Euro bezahlt. Und ich finde, hier kann man es sehr gut essen. Das ist heute noch nicht probiert, aber wenn sich das heute nichts ändert, dann ja, Belastung dabei. Also, wir das Haus des Andrialsen, hier gibt es auch Gemüse. Dein Geld. Natalie, ich dachte, du bist nicht so reich. Mein Geld. Ich dachte, du bist nicht so reich. Ich aber hier wollte es noch wegpacken. Ups. Noch ein kurzer Nachtrag zum Essen. Ich glaube, das mit der Kartoffel war dann doch nicht so dramatisch, Maik, ne? Also, die Hälfte der Soße war halt auf der Afoille. Gut, ich konnte trotzdem alles aufessen. Ja, und es war lecker. Fand ich so. Es war auf jeden Fall viel. Es war echt viel. Aber es ist geschert. Ja. Man wüsstens zwar nicht, ob man da als Erwachsene auch rein darf, aber wir gucken mal, weil ich kenne nur Krake-Leb. Ich kenne nicht Krake-Leb-Kids. Egal, da wie du sagst. Und, ähm. Ich glaube, es bin ich. Ja, du. Dann nimmst mich bitte mit als Begleitperson, okay? Ja, ich nehme dich mit. Gut. Das freut mich. Also, wir gucken gleich mal. Weg, weg, weg. Kopf runter, Kopf runter. Das hat doch immer so viel Wartezeit, ne? Krass. Komm mal. Okay, wir kommen gerade auf dem Krake-Leb-Kids. Und es ist ganz cool, immer wieder nach oben gewesen zu sein, weil es ist echt lange her, wir alles mitgemacht haben. Und irgendwie fand ich es nicht so Kids. Ja, ein Kind hat auch geheult. Ja, eins hat geheult und andere waren verstört. Also, unsere Gruppe waren auch nur, glaube ich, drei oder vier Kinder. Der Rest war ja wachsig. Aber schön, dass wir hier rein durften. Also, das hat mich gefreut. Ja, es war schön. Wir haben jetzt zwar keinen Sonnenschutz, aber die haben hier einen Splash-Bereich. Ja, wir stehen hier, wir stehen hier gerade für den Big Loop an. Und ich musste noch nie in diesem Wartebereich hier anstehen. Also, nicht genau so. Aber, wie Matthias mir eben schon sagte, das ist hier der Splash-Bereich von Krake. Also, nicht so komplett nass, aber so nieselmäßig. Also, perfekt. Du bist jetzt wirklich convenigst. Du bist jetzt wirklich adventurous! Du bist jetzt übrigens nicht Marco. Du bist jetzt b capacit Ihr Kindaствaren. Ich kann mir nur he maravilhen. Du bist ja circumstance capaz. Jetzt frage mich. Hallo und gute cruel Momente! Und rhythmisch, tackling unsere communion. So, ist es schön, ja? Ja, wir haben gerade so ein Zehn, ein Foto zu machen. Ich glaube nicht, dass alle drauf sind. Die Dame, die das Foto gemacht hat, meinte gerade zu uns, das ist ihr neuer Rekord. Sie hat zum ersten Mal 13 Leute auf einem Bild bekommen. Ein paar sind zwar nur mit, von ein paar ist nur der Kopf drauf, aber egal, es sind alle auf dem Bild. Voll witzig. Ja, wir fahren jetzt Drachen-C. Du, er freut sich noch, wenn er keine Ahnung hat. Nee! 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 Wir sind zu 8 mit einem Boot. Warum sind wir nicht zu 9? Wir sind zu fett. Ja. Du bist zu fett. Das ist die Antwort. Wir sollten uns verkehrt. Das passt aber auch bei einem Spanisch-Namen. Wir sind zu fett. Ja, das finde ich sehr gern. Ja, das würde sein. Ja, das würde sein. Ja, das würde sein. Geh mal! Geh mal! Guck mal die Hände aus. Ja, wir mussten uns halt aufsteigen, auf zwei Bote. Ich bin Maxi und ich bin vier. Du bist vier Jahre schon, Maxi. Das ist ja toll, Maxi. Und du siehst ja auch ganz schön aus, oder? Jetzt schauen wir mal, welche Punkte du kriegst, Maxi. Wow! Acht und fünf Punkte! Das ist doch ein Wahnsinn, oder? Das sind ja 13, stimmt das? Ja! Du, ja natürlich, du kommst auch dran. Komm mal her, Supergirl, du kommst natürlich auch dran. Wie heißt du? Annabelle. Annabelle bekommt natürlich sechs Punkte und acht Punkte. Jetzt bin ich gespannt. Wir wollten eigentlich die Piratenshow sehen, aber jetzt werden hier Kinderkostüme bewertet. 14. Ich hab keine Ahnung warum. Meine Güte, 14 Punkte! Das ist keine Ahnung, wie lange das dauert. Ja, sie soll... Die Show soll in einer fünf Stunde anfangen, aber hier ist eine riesen Cluelein an Kinder. Das ist nicht in der Piratenshow. Ja, der Admiral ist aktuell noch nicht, genau. Wie heißt du? Ja, mal gucken. Lea! Du bist ein echter Cluelein. Also in der App steht, dass die Piratenshow im Halb beginnt und es ist jetzt 31. Hey dann! Und mit den Kindern sind wir noch nicht fertig und wir sind immer noch nicht umgezogen, die eigentlich in der Show mitmachen. Ein Kind ist noch dran, müsste eigentlich fertig sein. Nee, dann geht auch noch weiter, glaube ich. Wir sind auch schon. Aiden, du bist der Sheriff, oder? Ich komm nicht hin, du bist der Sheriff, oder? Und jetzt? Ich zumal. Ich bin zu Ihr, ich bin zu ihr, ich bin zu ihr und ich bin zu ihr, es ist zu ihr. Ich bin zu ihr. Und jetzt? In einer Stunde eine Scheisshow zum Lauten, wie kannst du es in einer Stunde durch schaffen? Wie kann man es in einer Stunde nicht schaffen? Eine Scheisshow zum Lauten? Ok. Gleich ist es gerade ein bisschen im Ausracht. Also wir sind jetzt gegangen, weil wir haben, wir haben, ich bin unscharf, wir haben, wir haben, wir haben, oh, wir haben eine halbe Stunde gewartet, nach diesen Kindern kamen jetzt noch diese Atestiknummern und es war mittlerweile die dritte. Okay, alle sind aber auch, ich entferne mich kurz vor dem Schimpf am Haufen. Ich glaube, wahrscheinlich möchte Nathalie jetzt konstruktive Kritik bringen, das kann ich an dieser Stelle verstehen, aber ich als Tagesbesucher wurde nicht richtig informiert und es ist schon zum zweiten Mal am Tag und ich finde das nicht in Ordnung, das ist meine Meinung. Ich fand's auch nicht cool, aber ja, man kann nichts machen, ich gehe jetzt Krake fahren. Wir sind alle gegangen, weil wir dachten, wir sind vollständig und dann irgendwann fragt irgendeiner so, wo ist Mike und wir alle so, wo ist Mike alle so zurückgerannt? Ihr habt mich standardmäßig vergessen, ihr seid die schlimmsten Freunde, die meinen Namen haben. Aber wir wollten was dazu, dass wir das nicht gemacht hätten. Ach, halt doch, die Fresse macht hier. Ja, wir wollten uns retten, wir wollten uns gerade retten. Aber es ist halt, wie es aufgefallen ist, mir ist es aufgefallen. Ja. Er ist der tollste Mensch der Welt, ja, dankeschön. So. De-abonniert bitte meine Achterbahn-Rate. Das musst du auf deinem Kanal sagen. Ja, ich weiß. Ich wollte nur sagen, der Teil von der Gruppe, Mike, ist nicht mehr zurückgekommen. Die sind faul, die wollten nicht rennen. So, Matthias, wir verlassen gerade den Heide-Partner. Wir gehen jetzt zu den Pyrogames und können uns dann von da zurück. Kann man besser werden, kann man besser werden. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum, zum Gelände, wo die Pyrogames stattfinden. Hier ist so ein Weg, der sehr weit aussieht. Wir haben uns eben, wir haben so einen Presseausweis, irgendwas bekommen, damit zu seinem kostenlosen Eintritt. Und ja, vielen Dank schon mal dafür an die Pyrogames. Und ja, Matthias ist ja unser großer Feuerwerk-Fan. Möchtest du ganz kurz erzählen, was jetzt hier passieren wird? Also wir werden heute ein Tagesfeuerwerk sehen. Das haben wir auch noch nicht gesehen. Und vier weitere Lasershowen, Feuerwerk und all so ein Farms. Ach so, ja gerne. Ja, ich denke mal, es werden einfach große. Mit Musik, ne? Genau, natürlich mit Musik. Das ist für mich selbstverständlich, wenn auch so was geht. Genau, wir waren schon, du warst da schon auf mehreren solchen Levels. Ich war bisher zweimal in Norderstedt bei den Pyrogames. Das ist wie so eine Tour, also die gehen durch. Die waren auch bei Trips Drill, glaube ich. Ja, Trips Drill, ja. Da gehen sie noch hin jetzt. Okay. Genau, und wir sind heute hier im Heide Park. Ja. Und genau, wir freuen uns und ihr seht dann ein paar Impressionen von diesem Event gleich. Ich wünsche viel Spaß. Ich hoffe, es wird groß. Ich auch. Okay, erstmal, ähm, genau. Oh, wow, guck mal, hier ist direkt Scream. Das ist ja cool. Das ist ja, ich war hier noch nie, okay? Ich wollte noch sagen, man kann hier Stehplätze oder Sitzplätze buchen, Sitzplätze sind natürlich teurer. Aber wir haben immer nur die Stehplätze gebucht bisher und fanden das eigentlich super. Also, man ist auch ein bisschen weiter weg davon, finde ich persönlich besser. So, jetzt ist hier Kontrolle. Yes. Du wolltest doch was wegen den Getränken sagen. Genau, man darf 0,5 Liter Getränk pro Person reinnehmen. Das steht zwar nicht auf der anderen Seite, aber man darf es. Offenbar, hier zumindest. von exemplo Weisuru. Das ist das war dieses Jahr. Das war's der ganze F сказuse. Als wirıyoruz nochmal auf die maskne. Wenn ich oben hab nach vorne. Das war's der große deserve. Dann lieb nhất nach Obst == Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Wenn ich bitte um den offiziellen Büro Games Countdown bitten darf. Fünf, vier, drei, feier! Untertitelung. BR 2018 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 ρώ. BR 2018 Ja, ein paar Biden haben wir schon, so schade. Mal sehen, waszukommt. Ja, jetzt kommt das nächste Feuerwerk. Wisch Baptist. BIRK Betracht Hey everybody, let's get this party started! Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go! 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 Let's go, let's go, let's go! Let's go, let's go! Let's go, let's go! So, alle haben ihre Handys draußen zwischen die Füßchen halten! Ich muss sagen, meine Kamera kann Laser nicht so ab! Es hat immer so geflackert und auch das Bild vorne hat immer so... So, schön unten lassen! Ja, sieht echt anders aus als auf der Kamera! Aber es war cool mit Feuer! So! Ich spotte dich auf, jetzt kommt der überrascht! Ich mach dich auf mit meinem Telefon bereit! Rechts! Links! Rechts! Feuer! Feuer und Flamme! Ein Funkenflug mitten ins Herz! Was aussieht wie unser Spiel mit dem Feuer, ist eigentlich immer das Spiel des Feuers mit uns! Wie früher! Wie früher! Wie früher! Ich weiß nicht, wie früher! Wir haben einen Schiff von derữa quadern, aber wir sehen uns noch nicht mehr was! Wir warten an ihn! Wir warten hier! Wie früher! Es ist eine Schiff von der Kölge! Und das straffert, wir sehen uns in Deutschland an! Da! Wir sehen uns gar nicht mehr! Wir sehen uns! Das war's. Das war's. Das war's. Das war's letzte Feuerwerk. Und ich fühl mich verarscht. Es war dasselbe wie letztes Jahr. Ich fand's cool. Wer so was toll findet, Feuerwerk, kann ich es nur empfehlen. Aber definitiv ein Stehplatz, ein Sitzplatz, da guckt ihr einfach nur hoch. Das braucht ihr nicht. Bringt euch eine Decke mit oder irgendwas und chillt euch da auf die Wiese. Das ist völlig ausreichend. Dann ist es auch schöner und niedriger. Okay. Also Leute, man muss schon ein neues Feuerwerk machen. Das geht nicht. Ja, aber ich weiß es nicht. Ich war letztes Jahr nicht dabei. Aber trotzdem noch zum letzten Feuerwerk. Es war groß, es war laut, es war toll. Ich fand, das Zweite war besser irgendwie auch. Ich auch. Ich fand, da waren jetzt noch Laser dabei, da waren Feuer dabei. Es war ein bisschen überladen und ich fand das Zweite schöner. Ja. Also das war mein Favorit. Ich kann es nicht auf genugen wiederholen, nicht immer das selbe, Leute. Ich habe schon ein Feuerwerk gestrichen, der macht nicht das dritte auch noch dasselbe. Ja, das stimmt. Früher waren es immer vier Feuerwerke plus eine Lasershow, jetzt waren es plötzlich nur noch drei. Und eins davon wiederholen. Aber im Großen und Ganzen finde ich das Event cool eigentlich. Ja. Und durch. Ja, auf jeden Fall empfehlenswert. Bei Heideide, definitiv empfehlenswert. Ja, wir gehen jetzt raus, wir beeilen uns, weil Tarnplatz-Chaos und so. So, ich würde sagen, wir verabschieden uns. Also ohne weißen Wider, scheiß Fans, ey, für Gott, irgendwie. Die Brechung müssen drin bleiben. Merkt euch, dass die Brechung müssen drin bleiben und damit verabschieden wir uns und hoffen, euch hat das Video gefallen von den Pyro Games. Bis zum nächsten Video. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020